Na, ist Panik im Paradies? Keine Sorge, alles halb so wild. Hallo ihr alle da draußen, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen. Der Titel hat's verraten, beim Wichsen erwischt. Was jetzt? Was kann man tun? Was sind die nächsten Schritte? So lustig es halt für Außenstehende ist, so unangenehm und so peinlich ist es natürlich für einen selbst, also für die Person, die erwischt wurde. Aber du kannst dich entspannen, deine Eltern wissen eh, dass du's machst. Und warum? Weil deine Eltern das auch machen. Und bei deinen Eltern hört die Kette auch noch nicht auf. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, wirklich jeder Mensch befriedigt sich selbst. Es gibt einen ganz kleinen Teil von Menschen, die da kein Interesse dran haben, aber alle anderen, alle anderen befriedigen sich selbst. Also man kann eigentlich sagen, jeder Mensch spielt sich am Geschlechtsteil. Außer mir natürlich. Ansonsten alle. Und mit diesem Hintergrundwissen kann man das Ganze vielleicht sogar jetzt schon mal ein bisschen besser ertragen. Es hat übrigens noch einen weiteren Vorteil. Ich wette, deine Eltern oder deine Geschwister, je nachdem wer dich erwischt hat, wird ab heute anklopfen. Voila, ab heute endlich Privatsphäre. Die blöde Situation bleibt jetzt natürlich irgendwie bestehen. Das heißt, wie kannst du deinen Eltern, deinen Geschwistern oder je nachdem, wer dich erwischt hat, wie kannst du denen wieder vor die Augen treten? Ich würde vorschlagen, indem du es einfach machst. Also geh einfach in die Küche oder ins Wohnzimmer oder wo die auch gerade alle abhängen. Und mit einem leicht verschmitzten Lächeln gehst du da rein und sagst, so, was gibt's denn zu essen? Oder machst irgendwas anderes? Also so ein wissentliches Lächeln, weil, ey, das ist A, nicht verboten, was du gemacht hast. Es ist allen Beteiligten genauso peinlich, nicht nur dir. Und ich glaube, wenn du da jetzt mit einem gewissen Humor an die Sache rangehst, dann können da auch alle drüber lachen. Und ich garantiere dir, das wird nach der ersten Minute überhaupt kein Thema mehr sein. Und wenn irgendein Geschwisterteil dich dafür aufziehen will oder dich fertig machen will, Alter, die machen's auch. Das heißt also Selbstbewusstsein raus und sagen, ja, Digger, du machst es doch auch. Und da ist es auch egal, ob Junge oder Mädchen. Ja, auch Mädchen befriedigen sich selbst. Was aber alle viel mehr interessiert, ist jetzt natürlich, wie wurdest du wo durch wen erwischt. Schreib's in die Kommentare. Je mehr Leute den Mut haben, unten ihre Geschichte reinzuschreiben, desto lustiger wird's am Ende für uns alle. Ihr seht also, es ist wesentlich weniger schlimm, als man im ersten Moment glaubt. Einfach durchziehen, wieder zu den Eltern gehen, keine Angst haben, alles wird gut. Wenn's dir was gebracht hat, den Daumen nach oben, die Jungs fragen, abonnieren die anderen Videos. Schauen wie immer. Arrivederci. Tschüss.